31. Mai 2018 22.53 Uhr der Slowake Robert MAKR wird vom Niederländer Delhi blind verfolgt Die neu formierte Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande ist in einem Testspiel nicht über ein 1 zu 1, 0 zu 1 in der Slowakei hinausgekommen. Quincy Promes von Spartak Moskau erzielte den Ausgleich, 59. für die Oranier-Elf, die sich genauso wie die Slowakei nicht für die WM qualifiziert hatte. Die Gastgeber waren durch Adam Nemec in Führung gegangen, 9. Bonds-Coach Ronald Kühlmann soll mit Blick auf die EM 2020 eine neue niederländische Auswahl aufbauen.